Wie funktioniert die Freistellung? Ich würde so gerne zum diesjährigen Schöneberger Forum nach Berlin fahren. Schade, dass ich nicht für die Personalratsarbeit freigestellt bin. Na und ob! Der Paragraf 54 im Bundespersonalvertretungsgesetz regelt die Freistellung für Schulungs- oder Bildungsveranstaltungen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste sind erforderliche Schulungs- und Bildungsveranstaltungen. Sie werden im Absatz 1 erklärt. Als Personalvertretung prüfen wir, ob die Schulung Kenntnisse vermittelt, die du als Mitglied für deine Personalratsarbeit brauchst, und ob die Dauer und Kosten angemessen sind. Falls ja, fassen wir einen schriftlichen Entsendungsbeschluss und stellen einen Antrag auf Freistellung. Die Dienststellenleitung überprüft das Vorliegen nach Erforderlichkeit und Angemessenheit. Sind sie erfüllt, wird die Freistellung bewilligt. Die zweite Möglichkeit ist die Freistellung für Schulungs- und Bildungsveranstaltungen, die von der Bundeszentrale für politische Bildung als geeignet anerkannt sind. Hier hast du als Personalratsmitglied immer Anspruch auf Freistellung, es sei denn, es liegen dienstliche Gründe wie zum Beispiel akuter Personalmangel vor. Ein Entsendungsbeschluss des Personalrats ist nicht nötig. Du solltest aber frühzeitig den Antrag auf Freistellung bei deiner Dienststellenleitung einreichen. Ah, verstehe. Das diesjährige Schöneberger Forum zum Thema Arbeitszeit ist für mich dann also eine erforderliche Schulungsveranstaltung, weil ich im Personalrat für das Thema zuständig bin. Doch wer trägt eigentlich die Kosten? Für erforderliche Schulungs- und Bildungsveranstaltungen werden Fahrt-, Unterkunfts- und Verpflegungskosten sowie die Schulungsgebühr von der Dienststelle getragen. Bei geeigneten Schulungen hingegen nicht. Dein Gehalt bekommst du aber bei beiden Varianten. Und wie viele geeignete Schulungs- und Bildungsveranstaltungen darf ich während meiner Amtszeit besuchen? Insgesamt drei Wochen. Aber als ein neu gewähltes Mitglied kannst du dich sogar vier Wochen innerhalb deiner Amtszeit schulen lassen. Toll! Dann steht dem Schöneberger Forum ja nichts mehr im Wege.